Heute ist der Morgen des 24. Dezember 2016, Heiligabend. Wir bereiten uns vor auf das Camp 1. Hier sieht man jetzt unsere Zusatzpakete, die wir haben, unser Essen. Jeder trägt mehr oder weniger 6 Kilo. Das packen wir jetzt ein und dann geht es das erste Mal ins Hochlager hoch. Hier ist mein Rucksack und dann schauen wir mal wie das wird. Luc, wie viel? The best, the beast and the best. The beast is back. Yes, very good, that sounds good. Luc will go to Camp 1 with us and he is carrying 6 kg as well. Hier ist unser Essen für die nächsten zwei Tage aufbereitet. Wir packen uns jetzt ein leckeres Mittagessen zusammen für den ersten Weg zum Camp 1. acha ja. Wir sind jetzt hier in Camp 1, hier kommen ein paar Wanderer runter Oh, you are a liar We are at Camp 1, how do you feel? Yeah, it's cold, it's a bit windy Yeah, it's very hot, the wind It's windy, it's cold, yeah Okay, it's Camp 1 Alpsach is good, and blood Yeah, that's a good sign And the other part of the group, how do you feel? Yeah, great, that's a good sign Jetzt sitzen wir etwas erschöpft und müde nach unserem Ausflug zum Camp 1 hier oben Die üblichen Gespräche, da fragt sich wie es sich gerade geht Man vergleicht so ein bisschen den Status, aber insgesamt sind wir gut um den Weg zu gehen Wir waren sehr sehr schnell Wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr gestartet Jetzt gegen 17 Uhr wieder im Camp gewesen So ein bisschen Farbe habe ich auch gekriegt Es war doch ganz schön anstrengend Jetzt sind wir wie von so ein paar Jahre schon nach oben Morgens ein Ruhrtag Und nach dem Ruhrtag geht's dann endgültig nach oben Und dann übernachten wir auch in Camp 1 Machen da noch einen Ruhrtag Und dann Camp 2, Camp 3 Und natürlich zum Gipfel Aber man sieht euch schon im Mittagrund In Christmastin Weihnachtsfall Und dann freuen wir uns natürlich schon drauf Nachher unser Weihnachtsabendessen zu genießen Bis dah mal